Das war also das Oslo Latin Team aus Norwegen und als nächste Formation sehen wir jetzt die Formation aus Litauen. Juvedra ist der Titel dieser Formation aus Litauen. Sie waren Meister der UDSR 1988, Open Champions von Frankreich 1992. Bei den Europameisterschaften des heurigen Jahres haben sie den fünften Platz ertanzen können. Das Alter der Tänzer dieser Gruppe liegt zwischen 15 und 20 Jahren und das Thema ihrer Darbietung heißt Carmencita. Die Musik stammt von Georges Bizet, Carmen, arrangiert von Alic Goldstein. Und seit fünf Jahren ist diese Formation aus Litauen bei Samen. Das Alter der Tänzer dieser Gruppe liegt aus Litauen. Das Alter der Tänzer dieser Gruppe liegt aufgrund der Tür. Das Alter der Tänzer dieser Gruppe liegt bei Samen. Musik 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 Das war also der Wertungstanz der Gruppe Juveder aus Litauen und wenn Sie diese Formation vergleichen mit der Formation aus der Ukraine, die Sie am Beginn gesehen haben, dann können Sie also hier feststellen, dass hier das lateinamerikanische Tanzelement doch deutlich stärker vorhanden war als in der Show von Viktoria Sevastopol aus der Ukraine. Dort war es also wirklich eine Disco-Show und hier hat man die lateinamerikanischen Elemente doch viel deutlicher wiedersehen können. Musik 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 Musik